Du machst ja keine Vorstellung davon, in was für eine bizarre Welt ich eingetaucht bin. Ach, Sie meinen, die DDR ist an ihrer schlechten Arbeitskunde gegangen. Und woran denn sonst? Ich setz nur schnell den Kaffee auf, ja? Weil Sie Appetit haben, ich habe frische Brötchen mitgebracht. Ich esse keine Westbrötchen. Aber sehr nett von Ihnen, schönen Dank. Da denkt man, man lässt den Dichter hier rein, kassiert ein paar Mark dafür und in Wirklichkeit liefert man ein Musterbeispiel für die Wiedervereinigung. Wir sind auch nur ein Volk. Immer montags und donnerstags um 20.15 Uhr auf Anixel HD Serie.